Willkommen zurück herzlich zur Eroberung Kiasar Eisenbahn Da können wir Lok fahren, da spielen wir dann Lokomotivführer und so, ich hab Führer wohl gesagt, dann heißt er ja mal So Paul, bist du, ähm, US oder Russe? Ich bin Deutscher Komm, ich flieg jetzt Äh, wie flieg ich? Fuck Oh lol, ist das anstrengend US Ich hab aus wie ich fliege, oder? Doi Bist du im, bist du in der Weiber? Ja Uh Weißt du, weißt du, weißt du wirklich, wie ich Spoken muss? Ja, kannst du nochmal Wie wäre ich die Dinger ab? Ins Bravo, Spock X Oh mein Gott Kannst du nochmal mit ins Bravo, Spock X Äh Ey, ich hab gleich rausgefunden wie ich fliege, unglaublich Oh Hää Wieso, müsst ihr mich umbringen? Hä? WTF Ok, naja, hm, ok, jetzt weiß ich warum ich gestorben bin, ich wollt schon sagen Hier komm, ich helf euch Meine Kinders Schnell, 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 weit drehen, weit drehen Hier, jetzt mach ich, tricky Nein Öh, nein Öh Oh Dieses Spiel will mich verarschen Ähm, Paul, kommst du ins Bravo raus? Bin ich doch schon Echt? Ne Nee Kommst du ins Bravo raus? Achso, ich wurde wahrscheinlich grad umgesch... Ey, genau, ich wurde genau in dem Moment umgeschossen, wo ich auch... Wo ich auch... Kommst du da jetzt ins... Genau, dann lass mal in der Weibers vor Da, 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 schieß auf die Wo denn? Oben, über uns Dieses Ding Hä? Wie? Was... Wie? Es liegt doch mal höher aproximabend Ich bin die... ...nso höher Loil Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung, ob du verschießt oder kein ... Da, wenn es'm nicht macht Ein dział我要 WHAT? Ja, ich hab's markiert RAATATATATITA So, ab jetzt Leut Mal sehen hat mir ... Loil was von das eben er kann sie nur fliegen ohr ich habe ihn das morgen was hier kommen ich fliege jetzt haben wir gerade auf unseren eigenen vom spiel springen gemeinsam aus die vier ich bin schon ausgesprungen wir müssen sehr weit um egal wieder platziert alle wird vielleicht geht es um zu ich bin ziemlich nah bei ihm die etwas ich will fahren wie wechsel ich den sitzplatz f1 f1 Warte, warte, warte auf mich! Weitreten! Jetzt bin ich in der Base gespawren, verdammte Scheiße. Ich auch, komm her, komm her. Wollen wir C4 Buggy machen? Ja, warte. Da muss er aber stehen bleiben. Warte, hä? Scheiße. Oh, da wollen wir mal... Spawn mal, dann hast du AT-Minen. Ja, nee, sie kann sie jetzt nicht dabei sein. Ja, wenn wir es nächstes Mal sterben. Okay. Wollen wir mal dann da mal. Ja, aber alles geplant. Alles geplant. Warte, ich sterbe mich jetzt ab, dass ihr uns auch noch verteidigen könnt im Notfall? Wir müssen nachdenken. Ich bin voll der coole Gangster. Ich hab mal keinen Arzt. Ich hab noch die Selbstschonsen. Freizeit. Scheiße, Mann. Schleiche mit deiner Ansicht. Wichthaft an der einen, Paul? So, wir wurden immer verfehlt, immerhin. Wie wechsle ich die Ansicht? Oder egal. C. Wenn drin. Einfach und dann ein bisschen anders noch hin. Oh, ich hab dich schon abgeknallt. Boah, super gemacht. War doch voll geil, man. 0! Ich weiß nicht, warum ich glaub nicht. Kannst du mir was sagen, bevor du absteigst? Ja, ich hab dich, ich hab mich verdrückt, sorry. Warte. Oh, Leute, ich bin tot. Fahr, fahr mein Sohn. Ja, ich bin ja schon auf Wege. Okay, jetzt fahren wir mit mir, ich bin mal ich. Warte, ich muss den Wörter fliegen, tut mir leid. Okay, dann hol mich ab, hol sie mich bei ihr ab. Ja, na klar, lasse. Wie schießt ihr denn? So, äh, oah. Wow. Ich komme. Wie er die Weg flert? Nein, nein. Ich hab grad Bühne vom Moppet abgestiegen. Wie ich flert aktiviere. X. Ich bin nach vom Moppet abgestiegen und hab damit einen erfahren. Genial, Alter. So, ich hab jetzt erstmal vergehen zum Btl. Hier, warte. Hier. Ach du Schreck. Oder warte. Dann komm doch mal her. Warte, warte. Komm. Scheiße. Oh. Wow. Wow. Ich komme. Hilfe. Wo bin ich? Verdammt. Hilfe. Ach du. Oh nein. Ich lebe noch. Wo bist du hin? So. Oh. Oh shit. What the fuck. Wow. Scheiße. Nein, da ist ein Gegner. Oh, hier ist ein Gegner. What? Taktik. You got killed. What? You got killed. What? Man, wegen dem bin ich jetzt gestorben. Weil ich wegen dir ausgestiegen bin. Ja komm, lass mal in der Baseball kurz. Und nimm mal Atemin mit. Naja. Atemin. So. Äh. Warte. Steig mal aufs Motorrad. Warte. Ich will da nicht sterben. Ich hoffe mal das klappt. Wie? Leut. Ich bin nur bis auf die andere Seite der Base geblieben. Wo bist du hin? Hier. Ich bin da da. Wo? Das hat man. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hier leg mal alles auf eine Stelle möglich. C4 ist angebracht. Ich bringe ein wenig C4 ab. Uuuh. Ich lassiere C4. Ich sag dir. Warte. 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 Okay. Warte. Oh. Oh. Leute. Ich bin da oben. Loll. Alter wie meins ich fliege. Loll. Ich lebe. Hör mich mal ab. Hör mich mal ab. Hör mich mal ab. Ich hab mal 10% Leben. Loll. Ich bin fast drauf gegangen. Alter ich bin übel zu weit geflogen. Ich weiß. Voll krank. Komm mal her. Fack. Nein. Ey nein. Ich muss dir was gestehen. Jetzt fährt jemand anders das Motorrad. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Dann kommen 2.00 Uhr. Das ist nicht so meine Welt. Ja. Warte mal. Ja. Ich hab die Indien. Ich hab die Indien. Ich hab die Indien. Ich hab die Indien. Jetzt bin ich getorben. Wir rüsten spawnen. Wenn der Ding ist von mir. Wir haben niemand im Spot bitte Sprengstoff oder sowas mit? Ähm. Ich hab sowas noch gar nicht glaube. Ich hab Sprint hab ich. Ich hab ne Idee. Hab ich denn schon eine Atemine? Ne. Ich krieg's noch. Hab ich denn schon eine Atemine? Echt? Ja, pass mal auf. Wie liegen jetzt alle Atemine? Warte kurz. Ähm. Ja, komm mal. Da willst du eine Atemine kommen. Echt? Ey. Alter, der hat mich ge... Der hat mich ge... Der hat mich ge... Der hat mich voll weg geschoben. Der hat mich. Hast du alle gelegt? Ich hab ja keine mehr. Na dann kill, kill dich mal. Ja? Ja, cool. Ah, nicht kill. Ja. Ich will in die rote Hohen springen. Den steigst du eben in die Zeile. Nein, mach ich nicht. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, Spawner bei mir. Nein, Spawner bei mir. Nein, mit Min. Ja. Ja. Du bist voll am Motto, Alter. LOL. Der hat unsere... What the fuck? Hilfe. Hilfe. Was ist denn jetzt los? Okay, voll, weil der hier kommt. Ja, dann werf halt die. Ja, dann werf halt die. Woher hätt das für eigentlich... Okay, ich muss dabei. Ohhhh. Gibt das wieder lebt? Lol. Guck mir nicht hin. Ey, du musst weinen. Nein, jetzt sind wir weinen, Captain. Oh, Mango. Dann hättest du abgelehnt, du Affe. Hey, auf Warte! Okay, warte, warte, warte. Nee, war noch. Warum steht der jetzt hier? So, dann hätt ich's mal. Danke. Und... Hi. Nein! Warum ist Kaul? Oh, du bist so ein... Lehn ab! Ja, warte! Warte! Warte doch! Ich halt doch eh gedrückt! Alter, zum Glück hab ich... Das war eh mit zu mir laut. Nein! Was ist bei der Mond? Lol, jetzt kommt hier ne Helian! Ich hab ein bisschen rüber... Hier, friss Granate an! Ähm, ähm, warte, 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 warte! Ich hol dich ab! Komm her! Komm her! Ich flieg noch da runter, warte! Komm her! Oh, schnell! Hey! Ohl! Ohl! Wo bist du? Na hier! Wo ist denn hier? Ach da! Na da, aber super, sehr viel. Das ist ein Asi Ich komme Ich komme Let's go Aber ein feindliches Eich gepanzertes Fahrzeug in Ordnung, wie wir richtig laufen Okay, wir kommen jetzt zu viel gedanken, der schießt gut vorher schon drauf Leo ist voll ruhig, fällt mir gerade auf Sie ist nicht mal da Richtig? Nein, der ist geschütten Oh, was machst du? Gar nichts, wir leben doch So Hast du die von runtergebracht? Ich bin der Nacht Ah, dreh dich nach links Jetzt hast du die verschont Erstmal muss ich hier noch leben, Junge Flieg da jetzt wieder zurück, Mann Ja, warte, ich muss warten, ich meine Flares mit dabei Jetzt sind die da nicht mehr toll Ja, schon Alter Aussteigen fort, aussteigen, aussteigen Steig aus Okay Okay Du musst übrigens beim Ding zu sein, dein Leertest drücken und dann zurück Dann fühlst du kein Leben Okay, warte fort, ich komme zu dir Loll Ich schieß mit meinem Raketenwerfer auf dieses komische Teil da Ja Ich hätte es getroffen und die explodiert vorher, what the fuck Kann es ja nicht zwischen alle Waffen und sowas hast? Nee Wieso? He- Da, Heli Da Da steht einer, oder? Ne, ja Vorent what the fuck ja ich hab's nicht bewahrt komm ich fliege Lidlbert ne fliege ich nicht fliege ich doch ja komm hier nein nein jetzt bin ich aus zu sehen ausgeschnitten ich wollte gar nicht aussteigen verdammte ja ich bin auch ausgeschnitten warte mal komm mal runter das Ding hat ein Paket abgeboren drück es 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 ja das ist das NAB was da rauskommt läuft oh what the fuck äh ja ist zu chillig soo hab ich das ich hab da nur Just for fun drauf geschossen und ich bin jetzt einfach mal in der Base treffen ja egal ich flieg erstmal in den Blut oh Gott man schiebt die per mich dann Notverteilung ja die sehen das Leckwetter das war die gleiche oder ist es unsere Ne ne gole lol alter war alles befahren nein lol so gutchen fuck oh ja du sollst ihn aber nur drehen doch wir fliegen vorher will schessen So, jetzt geht's ab. Uah, was ist denn jetzt los? Scheiße, ich sehe, kommt noch was. Alter. Boah, jetzt ist weg. Nein, jetzt ist wieder da. Warte, 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 warte. Oh, scheiße. Alter, was ich für geile Anzeige gepackst habe. Loll. Ich gucke her. Alter, ich habe kurz in die krassen Anzeige gepackst. Was heißt? Das musst du dir in der Aufnahme angucken. Au, 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 ich werde weg. Das ist nicht gut, was du jetzt machst. Ich sehe nur schnell, ich habe nur schnell gesehen. V12. Alter, ich habe... Alter, ich habe gerade so Anzeige gepackst. Weiter, 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 weiter. Alter. Nein, die konnten hier ne weiteres vor. Alter, das geht gar nicht. Ja, ich bin drin. Hast du ein Akku? Nee, ich fliege nicht. Alter, sind die Anzeige gepackst. Das passiert nur, wir gehen. Alter, das ist das geil. Ja, die Runde... Oh, warte mal, ich hole die Achin. Ohohohohohohohohohohoho. Alter. Nee, warte mal. Das... Das ist jetzt... Da bleibt mal wenigstens ein, dass ich dich schützen kann. Während du einstellungen hast. Oh. Was? Jetzt geht's. Nee. Na gut, dann darf ich halt nicht nach vorne... Nein! What the fuck? Du weißt du nicht immer im Kreis? Nee, bei mir sind die Bäume, weil ich... Ich sehe... What the fuck. Denn wir wollen es nicht. Ja, ich... So. Über mir ist nur... Spotte. Echt, jetzt hast du so krass die Anzeige gepackt? Ja. Das ist die... Alter, Vater. Das ist geil. Fuck, ich überlegte, soll ich die Runde so noch spielen? Ja, ist okay, kill uns mal so mit. Zerriecht. Ich muss jetzt mal los. Alter, Mann. Ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Oh, dieses Pech gehabt. Oder Pech ist bei mir total. Nee, ich hab die immer noch. Was ist denn? Ist das alles so gräulich bei dir? Ja, und alles gröselig und... Ja. Das ist ein Fakt, wenn du dich selbst umgewachtest. Du, eigentlich ist es, wenn du das nächste Mal sporenst. Alter, wie fett ist das denn? Du bist jetzt sporen bei mir. Das ist... Ich spiele ich halt nur, indem ich auf die Minimap gucke. Wie hast du denn? Willst du steig doch mal mit ein, du Mogo. Ey, ich sit doch Motorrad. Ja, ich fahr jetzt im Print. Ey, ohne witz, ich seh nichts. Ich gucke nur auf die Minimap und fahr. Ja, das ist ein paar. Ich bin nicht an, denn... Das ist gut. Doch, jetzt seh ich wieder ein bisschen was. Das ist mir grad gar nicht aufgefallen. Und? Hm. Ja, das kann man sich nicht geben. Ich muss mal die... Ja, das ist das Ding, sonst ist das Ding. Die Schlaf, das ist das Ding. Hey, runter! Anfänger! So. Jetzt kann ich mir erstmal den Riechschönen runterladen. So, jetzt kann ich mir erstmal den Riechschönen runterladen. Mann, ist das Ding, oder? Der Lach. So. Ja, dann werde ich hier die Aufnahme wohl beenden. Und obwohl einmal weiterfliegen muss ich so noch. Und dann beende ich die Aufnahme. Aber... Oder ich warte die Tätigkeit noch ab. Na gut, ich kann eigentlich noch zu Ende machen. Weil die Leute, die keinen Bock auf den Scheiß haben, haben jetzt eh schon aufhört zu gucken. Und... Wie geil das einfach mal aussieht, ey. Mit den Anzeigeparks. Alter, ey, ich hab das nicht so gut in den Riechschönen geholfen. Ich... Ich... Ich sag nur Danke, da ich's für so ne geile Kacke war. Yo. Da war ich auch schon wieder weg. Alter, Vater. Wie kann man sich nur Soldatiger nennen? Was will der uns am Zorn? Ich bleib irgendwo irgendwo hin, Alter. Lo, ich hab hier wieder was gesehen. Ich seh wieder was. Alter, das ist jetzt bestimmt die nervigste Folge über auf der Ton. Dann sieht man nischt und dann noch das Gubberleicht. Ich sehe, wir können nischt. Ey, löse bei... Ich bin tot. So, noch zwei Tickets. Damit sind wir allo ist. Junge, Junge, Junge. Junge. Dat is Hammeröde. Bis zum nächsten Mal. 0 zu 50. Ciao. Alter.